Auch im Oktober weiden wir noch, ist noch krass da und ich habe wieder eine interessante Besuchergruppe hier aus dem Handelsbereich, aus dem Handelsunternehmen Edeka Meier aus Neumünster und ja, sagt doch mal, was macht ihr, wer seid ihr hier? Ja, moin, wir sind von Edeka Meier aus Neumünster. Ich habe hier unsere Marktleiter, Azubis und unsere Molkereiprodukte, Abteilungsmitarbeiter mit und wir schauen uns hier gerade auf der Weide die Rinder an und ja, holen uns interessante Einblicke hier oben hoch. Richtig, das machen wir auch sehr gerne, damit auch die Verantwortlichen, die letztendlich unsere Produkte ja im Laden verkaufen, auch gute Antworten haben auf kritische Fragen hoffentlich auch. Die können wir als Marktleiter sicherlich alle beantworten, wie wir mit unseren Tieren umgehen, welche Philosophie wir vertreten und das teile ich den Mitarbeitern hier mal gerade mit. Und wir sehen hier auch der Chef hier ist nebenan, Viktor hat auch guten Tag gesagt und alles ist in Ordnung, er geht weiter, frisst, das ist sein Job nämlich. Annette und Mausi erklären jetzt gerade, wie das funktioniert mit der Biodiversität, dass jeder Kuhfladen Gold wird ist, wenn er auf der Weide landet und das erklären wir gerade unseren Gästen hier auf der Weide mit Mausi.